Ja, ich freue mich, dass ich heute für uns, für die Attachica AG, in Summe drei Awards mitnehmen konnte. Die konnte ich aber nicht alle tragen, deswegen habe ich gerade nur einen in der Hand. Zwei davon sind für unsere Produkte und Services, die wir ringsum Technologie für Dialogmarketing anbieten. Und ein Award ist für eine Kampagne, die wir mit der Cosmos direkt gemeinsam durchgeführt haben. In Summe, glaube ich, sind all diese Awards ein Zeichen dafür, dass wir mit unseren Serviceangeboten hier einen richtig guten Job machen. Und deswegen bitte Dank auch im Wesentlichen an das Team, was dahinter steht und natürlich an die großartigen Kunden, die uns jedes Mal ermöglichen, solche Projekte durchzuführen. Das so in aller Kürze. Echt vielen Dank.